Das erste Land oder die erste wunderbare Urlaubsdestination, die wir haben, ist Italien. Und jetzt erleben wir Mama Maria. Hier ist Alexandra Hofmann. Viel Spaß. Mama, Mama, Mama Maria, ma nel mio futuro che cosa c'è? Saràbbe bello se fossi un re. Così la bionda americana si innamora o la trasformerana. Io muoio dalla curiosità, ma dimmi un po' la verità. Voglio sapere se questo amore sarà zingero, sarà sempre del cuore. Mama, Mama, Mama Maria, Mama, 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 Mama Maria, Mama, 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 Mama Maria, Mama, Mama, Mama. Könnt ihr mich singen? Mama, Mama, Mama Maria, Mama, 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 Mama. Mama, 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 Mama. Alexandra Hofmann und Mama Maria. Beim ESC, würde man jetzt sagen, für Italien an den Start gegangen. Heute hier bei uns beim Secret Song. Das ist so schön mit dem Franz zusammen.